Hallo, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte einen Kuchen kaufen. Haben Sie etwas Bestimmtes im Sinn? Eine Schokolade oder Vanille? Ich nehm den da. Ist es für einen besonderen Anlass? Möchten Sie eine persönliche Nachricht hinzufügen? Ja, sicher. Der heute der. Was soll denn auf dem Kuchen stehen? Ich habe deinen Freund gefickt. Das soll auf der Torte stehen? Ja. Ich glaube nicht, dass wir das dürfen. Die Geschäftsleitung hat bestimmt etwas gegen solche Wörter. Gewummst ist auch in Ordnung. Ist es zur Abholung oder eine Lieferung? Eine Lieferung. Wie lautet Ihre Adresse? Entschuldigen Sie? Wo wohnen Sie? Hauptstraße 77, 51563, hier im Ort. Dann schreiben Sie, Hauptstraße 77, 51563 und im Ort. Ich verstehe nicht. Daheim soll der Kuchen geliefert werden. Aber da wohne ich ja. Ja, ja, der Kuchen. Er ist für Sie. Sie schicken mir einen Kuchen? Ich schicke ihn in diesem Kuchen. Ich habe deinen Freund gefickt. Ich habe einen Verlobten. Ich habe deinen Verlobten gefickt. Männer sind Hunde-WG. Ich habe einen Verlobten gefickt. Ich habe einen Verlobten gefickt.